Der teilweise seitliche Baum, auch der Baum im Wind. Svenja, Yoga-Lehrerin bei Yoga Vidya, zeigt, wie es geht. Ausgangsposition, Samastiti, die Stehhaltung. Von hier beuge ein Knie und gib den Fuß entweder an die Innenseite des Oberschenkels oder in die Hüftbeuge auf dem Oberschenkel. Dann hebe die Arme nach oben und dann beuge dich zur Seite, auf die Seite, wo das Knie auch gebeugt ist. Gehe so weit, wie du kannst. Verharre dann in der Stellung. Diese Stellung verbindet Gleichgewichtstraining mit Dehntraining. Gerade indem du hier von der senkrechten Achse zur Seite gehst, für das Gleichgewicht in besonderem Maße forciert trainiert. Und wenn du eine Seite ausreichend gemacht hast, mach noch die andere Seite. Du kannst aber auch spüren, wie insbesondere die Rippen etwas gedehnt werden und die Schulter. Übrigens Parishwa heißt Seite, seitlich Flanke. Valita heißt bewegt, umschlossen, gebeugt. Vriksha ist der Baum. Es ist also der Baum im Wind oder der Baum, der gebeugte Baum. Mehr Informationen über alle Variationen von Vrikshasana und viele andere Asanas findest du auf wiki.yoga-vidya.de und in der Yoga-Vidya-App. Vriksha ist der Baum.